ja dieses video ist eine werbung aber das ist nicht so eine werbung wo ich geld verdiene sondern eine werbung was ich euch gerne mal zeigen würde weil das ding einfach der hammer ist wieso ist der hammer ihr wisst ihr ich arbeite viel am pc ich war viel mit dem auto ich treib leider nicht so viel sport und was hat man da immer wieder wenn man so runter guckt auch die leute die zum beispiel ein handy haben und die gucken die ganze zeit runter die haben nackenschmerzen leute die nicht viel laufen oder viel laufen die haben wadenschmerzen leute die einfach schmerzen haben egal als ich krank war hatte ich sogar das teil benutzt und ich zeige euch gleich wo es ist ein geiles ding von bob and bread also das ist nicht weil ich hier werbung machen muss ich bekomme für die werbung gar nichts das ist weil das teil einfach der hammer ist ich habe das auch letztes jahr schon mal präsentiert jetzt haben die neues rausgebracht letztes jahr hatte ich das teil gehabt irgendwie selten benutzt habe ich verschenkt und als ich verschenkt habe gehe ich komme her lerne als ich verschenkt hatte habe ich mir gedacht man ich brauche das teil wieder aber jetzt habe ich das guck mal die verpackung ist auf jeden fall klasse sieht richtig edel aus ihr könnt die verpackung über mit hinnehmen sogar aufs meeting oder so und dann geht ihr geschwind mal aufs klo und macht euch die massage bei dem neuen modell haben wir auch die ganzen adapter mit am start so eine hier dann haben wir hier in so einer schönen form es können den frauen vielleicht auch gefallen hier so warten zu massieren und dann haben wir hier so eine form schon ein bisschen weicher so eine kugel form und meine lieblings form ist irgendwie diese die form ist einfach der hammer weil du auch die hände damit massieren kannst und alles jetzt der unterschied von neuer zu alten oder von alten zu neuen was ich erkennen konnte und was ich auch kurz mal nachgelesen hatte ist dass unser hub hub ich drücke mal drauf da wie weit es raus und rein geht das teil liegt an sich richtig gut in der hand seht ihr ihr findet es bei uns im online shop nicht ihr findet das ganze in der beschreibung da habe ich euch einen link reingepackt amazon link da bekommen wir provision wenn ihr das über den link kauft aber ihr habt gar keinen nachteil dadurch ihr könnt es auch irgendwo anders kaufen ist mir auch egal aber amazon gibt es diese wunderschönen teile es fühlt sich auf jeden fall richtig edel an wir haben hier verschiedene stufen wenn ihr einmal lange draufklickt oder drauf drückt dann geht das gerät hier an klicken wir mal drauf und hier können wir unsere stufen sehen das ist die erste stufe dann die zweite stufe die dritte stufe die vierte stufe die fünfte stufe und wir heben ab das wackelt jetzt aktuell ein bisschen aber das komische ist wenn der aufsatz drauf ist dann wackelt hier nichts mehr dann spürt ihr an der hand kaum was sondern seht ihr das sieht langsam aus wegen der kamera aber es geht gerade richtig schnell ab leute da seht ihr und hier mein lieblingsaufsatz den packen wir hier drauf was ihr da sehen könnt wir haben hier mal eine nase und wir haben hier so eine aussparung das ganze kommt hier drauf es ist auf jeden fall idiotensicher ihr könnt nichts kaputt machen nicht am gerät nicht bei euch selber und dann könnt ihr mit der massage auch beginnen also ich sag's euch das kann kennt ihr überall ihr könnt doch hier auch zwischen den zehen oder hier die füße wenn man mal schmerzen hat einfach dazwischen ich mag so die mittlere stufe ist einfach klasse damit könnt ihr auch die waden machen leute die cellulitis haben ist auch praktische sache damit kriegt man 100 prozent auch cellulitis weg und ich kann euch mal zeigen was ich damit gemacht hab als ich krank war also natürlich bin ich kein arzt ob man das machen darf oder nicht weiß ich nicht aber als ich mangel schmerzen hatte also halsschmerzen habe ich das teil hier genommen und einfach hier dran gehalten und leute das hat mir so gut getan der schmerz ist dann wirklich leichter geworden wenn ihr ein arzt seid wenn ihr ein arzt seid dann könnt ihr mir ja bestimmt sagen ob man das überhaupt so machen darf aber ich fand's klasse seht ihr geil sehr ehrlich und das schöne ist ihr braucht da keinen dazu ihr könnt es natürlich auch selber machen natürlich für eine zweite person auch okay dann könnten die euch den rücken massieren aber ich schaff das auch alleine kennt ihr die ganzen verspannungen die man hier am nacken hat oder irgendwo und wenn man sich länger mal massiert wenn man sich massiert dann geht die verspannung bei mir zumindest immer weg ich finde es geil ich finde dieses teil klasse ich danke dir bob und brad ihr seid einfach coole typen ich weiß nicht ob das ihr beide seid die das entwickelt haben oder ihr vermarktet ist oder ich kenne euch persönlich nicht aber ich sage nur eins das ding ist geil ihr habt hier auch eine bedienungsanleitung mit am start in der verpackung und nicht nur das sondern auch ein usb c kabel worüber ihr das ganze laden könnt der akku hält lang ich massiere mich gleich zu ende und dann geht's ab in den pool schön entspannen Leute ihr wisst ihr was ich meine ihr wisst ihr was ich meine stopp wir sind in der fabrik wir sind in der fabrik wir sind in der fabrik ohja mal sehen schreibt mal als kommentar wer bis jetzt das video noch zugeschaut hat oder das video gesehen hat weil die meisten nach zwei drei minuten abscheiden aber das bei youtube normal oder man klickt einfach weiter für die zuschauer die aber nicht abgescheiden haben können wir noch ein bisschen plaudern das wetter ist einfach grandiös das wetter ist einfach klasse und der robbie alter habe ich mich gerade erschrocken wir haben hier so einen roboter der macht den pool sauber nein nicht die roboter die so hinter mir schwimmen sondern der unter wasser und ja im september wenn wir wieder aus kroatien zurückkommen wir fahren ja nach kroatien für circa einen monat auch geschäftlich mit den diagnosegeräten das heißt wenn jemand von euch in kroatien ist in der nähe von split zwischen ok kompletten august der kann uns gerne besuchen wenn jemand ein kroat ist und gerne auch eine partnerschaft haben möchte mit dem top dann diagnosegeräten einfach melde dann treffen wir uns in kroatien weil dort wollen wir auch eine firma aufmachen und einen vertrieb von den besten geräten von den besten geräten und ab september so wollen wir endlich mal die außenanlage fertig machen wenn ihr bauarbeiter seid oder irgendwelche kennt die pflastersteine legen können oder steine dann außenanlage sowie terrasse mit den pwc wie pc platten oder wie die heißen dann einfach melde schaut euch das mal an hier ein profi bei uns bei uns mal letztes jahr fenster ausgetauscht hat letztes jahr wollten wir ja auch noch einen online shop aufmachen ms24.shop also macht selbst 24.shop ähnlich so wie ml 24.shop aber hat leider nicht funktioniert wir hatten halt einen mitarbeiter gehabt der mitarbeiter ist jetzt weg wir wollten auch dass der videos macht und präsentiert wie man das zum beispiel selber macht fenster einbauen und nicht nur fenster alles machen und da wollte ich schauen okay zuerst muss man üben bei uns und nicht zuerst bei den kunden oder nicht nur bei kunden sondern video zu präsentieren aber sag mal könnte ich so das ganze präsentieren dass man so ein fenster austauscht also in lernberg wurden bei uns auch die fenster gewechselt und da hat man sowas nicht gesehen und das waren wahrscheinlich nicht mal zimmerleute oder zimmermann oder wie man da sagt naja also der ms24.shop wird aktuell nicht eröffnet aber was klasse ist spanndecken haben wir natürlich auch nicht vergessen spanndecken sind auch meine leidenschaft hat wahrscheinlich der ein oder andere auch mal im video gesehen einfach geile teile wir fahren im oktober nach polen machen noch eine extra schulung damit wir das ganze noch besser machen können aber natürlich nicht um kundschaft ist zu machen sondern wir sind exklusiv partner auch mit denen das heißt wenn ihr mal eine spanndecke haben wollt und ihr habt meine videos mal gesehen wie man eine spanndecke montiert dann könnt ihr gerne einfach quadratmeter oder eine zeichnung machen von eurer decke die zeichnung mit den maßen in millimeter könnt ihr auch in zentimeter mir per whatsapp zukommen lassen und dann kann ich euch ein angebot erstellen was so eine spanndecke kostet montieren müsst ihr natürlich die selber ihr könnt auch unsere videoanleitung nehmen wie man das ganze montiert ja also und dann kommt wahrscheinlich entweder im s24.shop oder wir machen das ganze über im l24.shop weil den shop den kennt jeder jetzt haben wir auch endlich in unserem online shop auch ein finanzierungsportal wir schaffen auch mit check24 zusammen das heißt ihr könnt eine umfinanzierung oder privatdarlehen nehmen kredit und bis 50.000 euro und dann bekommt ihr sogar auch eine provision aber natürlich wenn ihr die videos schaut weil dort steht nichts von provision aber wenn ihr unsere follower seid das heißt wenn ihr jetzt 50.000 euro für sich oder für jemand anderen umfinanziert check24 wisst ihr das günstigste aber direkt über unseren online shop dann bekommt ihr auch geld das heißt knapp 200 euro könnt ihr uns auch gerne anschreiben wie viel man zum aktuellen zeitraum bekommt und ihr könnt auch Affiliate partner werden da habe ich auch euch einen link eingepackt könnt ihr selber wenn ihr einen online shop habt geld damit verdienen das ist halt das schöne die freiheit freiheit bedeutet man kann von überall auf der welt arbeiten ich habe mein smartphone mein pc und alles hier natürlich bin kurz reingesprungen jetzt wird gleich wieder weiter gearbeitet bei mir ist ja nicht so wie im internet zu sehen dass ich zwischen 10 und 17 uhr arbeite nein das sind die zeiten wo ich ans telefon range wo ich e mail anfragen schnell beantworte und so weiter und die restliche zeit sieht ja keiner ich muss ja auch die buchhaltung machen ich muss weitere geschäftliche anfragen noch erledigen und dies und das und das heißt das schaffst du open end aber das schöne ist man schafft halt egal von wo auf der welt man kann im pool liegen und geld verdienen man kann irgendwo sitzen in kroatien sein geld verdienen in italien sein auf der messe ah nicht zu vergessen wir sind im september auf der frankfurter messe da wird noch werbung kommen und alles mit top dann sind wir da unterwegs und da zeige ich euch unsere erneuerungen da zeigen wir euch viele interessante sachen seid mal gespannt das wird auf jeden fall richtig cool sein wenn ich den ein oder anderen von euch sehe ich weiß nicht ob ihr den pool schon gesehen hattet das hat ja die pools werden event auch bald verkaufen also alles verkaufen was spaß macht und womit man sich natürlich auskennt mit der qualität weil bevor ich etwas verkaufe habe ich diese sache das heißt alles was ihr auf ml24.shop bekommt das habe ich schon mal ausprobiert genauso wie die finanzierung habe ich auch schon mal damals eine finanzierung für mich geholt das heißt ihr könnt mir glauben ihr könnt mir vertrauen ihr wisst wo ich bin und nicht irgendeinen online betrüger oder so erwischen das ist halt meistens das problem wir haben viele kunden die zum beispiel ein diagnosegerät irgendwo anders gekauft haben dann hatten wir einen garantiefall gehabt und was war war ein chinesischer verkäufer und dann hat der kunde das geld nie wieder gesehen und das gerät nie wieder gesehen weil der das nach china schicken musste ist auch nicht so praktisch wenn ihr das teil auf ebay kauft ihr wisst ja selber ihr habt zum beispiel zwei jahre garantie garantie oder fünf jahre garantie und der chinesische verkäufer auf ebay der ist nicht mehr da an wen wollt ihr dann die gewährleistungsansprüche gelten machen gar keinen kennt ihr nicht genauso wie einer mal ein top dann gerät irgendwo online gekauft hat und hat versucht bei mir zu reklamieren geht halt nicht wir sind top dann deutschland aber online geräte wer weiß wo die herkommen wer weiß wie alt die sind und alles sorry ging halt nicht naja so ist das ganze immer aufpassen wo ihr etwas kauft wenn ihr euch zum beispiel etwas kaufen wollt was wir nicht im online shop haben könnt ihr uns gerne auch natürlich anschreiben dann können wir schauen ob wir für euch etwas finden ja also und vielleicht könnt ihr mich anschreiben ob ihr jemanden findet der lust hat dass wir für seine firma werbung machen damit wir die außenanlage mal fertig machen können aus dem wintergarten und so weiter wenn ihr lust habt können wir auch mal wieder ein livestream starten starten aber das werden wir sehen im september nee im august fängt auch einmal eine marketing managerin bei uns an also die für unseren marketing manager managen wird wird auch noch interessant sein auf tiktok sind wir auch öfters unterwegs oder besser gesagt ich also leute jetzt noch eine runde schwimmen und da muss ich weiter arbeiten also ich wünsche euch alles gute bis demnächst dann bei mir auch mit meinem live ciao tiktok 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 tiktok